Der Buddhismus zielt auf die Schaffung einer Gesellschaft ab, die den zerstörerischen Kampf um Macht abgelegt hat, in der innere Ruhe und Frieden die Oberhand über Sieg und Niederlage gewonnen haben, die der Verfolgung Unschuldiger abgeschworen hat, in der einer, der sich selbst bezwungen hat, mehr gilt als ein General oder Politiker, der mit militärischer bzw. wirtschaftlicher Gewalt Millionen in die Knie gezwungen hat, in der Hass mit Freundlichkeit und dem Bösen mit Gutem begegnet wird, in der Feindseligkeit, Neid, Übelwollen und Gier keinen schädlichen Einfluss mehr haben auf den menschlichen Geist, in der Mitgefühl der Motor jeder Handlung ist, in der selbst dem geringsten aller Lebewesen mit Gerechtigkeit, Rücksicht und Liebe begegnet wird, in der sich das Leben in Frieden und Harmonie frei von materiellen Sorgen auf sein höchstes und edelstes Ziel hin entwickeln kann, die Erkenntnis der höchsten Wahrheit, das Nirvana.